Oh mein Gott, die rinden hier immer so tief. Jetzt weiß ich mal warum die Überrollbühle haben. Ja, da hinten. Ja, der wollte doch Kajak fahren hier Timo. Warum fährt er jetzt nicht mit? Weil der Kameramann hätte die Kamera immer schmiergedacht. Muss sein. Dass er mal festmacht, wie sie hier schwanken bei der hohen See. Mach es. Hör auf, vielleicht läuft der wirklich auf Wasser rein. Oh, der ist in der Wasserbahn. Ja, erst nur bei dem Bergchen da. Guck mal, von hinten guckst du, wir müssen so lange warten und Akku von hinten das nichts gibt. Waderen, Waderen. Ich glaub, ich glaub, dass es wird hoch. Ich hab Angst. Wir treiben hoch. Oh, da geht's auch runter. Fuck, das geht ja runter. Oh, mein Socken ist nass. Socken? Ja. Mein ganzer Schuh ist nass. Das hast du jetzt erst gesehen. Das war ja eine Vollbremsung, die... Ja, ey. Wie soll ich denn nass? Oh. Das ging Knäucher da rein, ne? Ich schießt die Bremse, ey. Bremse schießt ins Wasser. Wasser bremst? Nee. Oh, ich hab aber noch Füße, ey. Ich tu mal meine Füße. Mensch! Oh. 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 Oh, mein Gott. Oh mein Gott. Die Hande? Guck mal, da kommt der nächste Angeberg. Soll mich nicht, der knallt da genauso runter. Oh, wirklich. Ah! Fuck, ey! Ja! Nass! Oh! Berkelen! Berkelen! Bergeverbot! Was? Ich dachte, dass wir da haben musste, Berg! Mit dem Boot zu kippen, da schrabbeln wir ziehen! Ja! Oh, scheiße! Wir klatschen ab! Hast du gesehen, wie das hier drüber kam? Wir klatschen ab! Ist das auch Video? Nee! Für den Anwalt? Ja! Das schönste ist für mich die farblichen Ball! Warum hat er eigentlich schon eine Tür abgestellt? Ja, weil er lustig sein sollte! Na? Er wollte lustig sein! Ich hab Angst! Foto! 20 Meter! Oh! Ich bin unten! Ich hab nur einen auflassen! Hier ist Foto! Und meine Schuhe sind cool! Foto Video! Hallo! Hier! Foto! Oh! Du Scheiße! wieso knallen die Boote hier so rein? Das ist ja missbraun! Boah! Boah! Das ist ja lobenswert, der ist ja! Wohohohoho!